Hey Leute, herzlich willkommen bei Trakensang. In dem Video geht es einfach mal um das Mini-Event und zwar werde ich das bis zu einem Fortschritt von 800 Viscanium-Tropfen spielen, da ich ja die Errungenschaft danach sowieso schon besitze und auch die Flügel besitze. Mein Inventar habe ich mal sortiert, da werde ich jetzt hier noch am besten diese drei Schwerter reintun. Das würde am meisten Sinn ergeben. Also Schließfach und Inventar sind jetzt so, dass ich da sehr viel ausgemistet habe, vor allem Kostüme, die ich nicht benutze. Und ja, da sind jetzt hier bloß ein paar Steine übrig geblieben, ist aber auch nicht das Problem. Müsste ich einfach mal wieder Steine craften. Guck mal einfach mal, ich habe kurz den Sortierbutton geklickt und habe mich dafür entschieden, die Leggy-Items nach vorne zu packen und ein paar Crafting-Items. Dann hier wiederum Leggy-Items fürs Craften. Hier sind dann die Farben und so die ganzen Events-Sachen, welche man dann für verschiedene Events verwenden kann. Hier sind dann so die Unix, die ich eigentlich fast kaum benutze. Also gerade das neue, die beiden neuen Tragan-Sets benutze ich nicht komplett. Nur auf meinem Finsterausrüstung benutze ich jetzt den neuen Mantel von der Spinne und dann haben wir hier noch ein paar Essenzen am Ende. Genau. Legen wir einfach mal los und zwar mit blauen Essenzen, um das Ganze dann auch noch ein kleines bisschen zu beschleunigen. Ich werde nicht die ganze Map machen, ich lasse immer den größten Teil aus, also gerade den ersten, der lohnt sich gar nicht hier. Ich mache immer den zweiten und den dritten. Und hier bin ich dann auch nur so der Typ, der hier vielleicht mal einen Rundumschlag macht und dann war es das aber auch schon. Ich renne dann einfach immer ein kleines Stückchen weiter und vor allem mit blauen Essenzen sind sie ja fast alle One-Shot. Kann man sich ja denken. Dann sammle ich meistens hier noch ein paar Münzen mit ein, logischerweise. Troll kann man zum Beispiel auch töten für das Viscanium und da habe ich gerade einen Gummiband-Effekt gehabt. Genau, jetzt sind wir schon bei dem zweiten. Hier nochmal kurz einen Rundumschlag und die Monster hier töten. Dann hier spawnen oder anklicken besser gesagt. Spawnen wäre ja, wenn ein Monster erscheint, das wissen wir ja vorher noch nicht. Hier springen wir mal galant über den drüber. Mit blau geht es vor allem auch viel schneller. Da seht ihr ja, das waren jetzt drei Hits oder so. Da war der dann auch schon tot. Ja. Und auch das Monster ist ja schon fast von der Kopfnuss einfach tot gewesen. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man da jetzt hier, ähm, also naja, was ganz anderes auch nicht. Mit grün würden die jetzt auch extrem schnell gehen, weil das kein hoher Schwierigkeitsgrad ist. Man muss hier einfach nur x Millionen Mal rein, um das Event durchzukriegen. Das ist eigentlich mit das Nervigste daran. Und beim Hafen weiß ich auch nicht ganz genau, ob ich das jetzt hinbekomme, den Fortschritt. Aber ich könnte ja auch ein paar Amphorenschlüssel aufmachen, also ein paar Kisten davon. Jolov ist schon mal nicht da. Das sieht man daran, wenn das Fass hier steht, ist Jolov nicht da. Wenn gar kein Fass da steht, ist Jolov auch nicht da. Und wenn das Fass hier an dieser Stelle steht, dann ist Jolov da. Daran kann man das ganz gut erkennen. Und dementsprechend natürlich auch einsetzen. Jo, so, jetzt sind wir hier wieder. Nochmal eine Viscanium-Scherge. Es gibt so feste Punkte, an denen spawnt niemals eine Viscanium-Scherbe. Oder Scherge besser gesagt, nicht Scherbe. Und es gibt aber auch feste Punkte, an denen droppt immer eine. Ein fester Punkt ist zum Beispiel exakt hier. Da ist auf jeden Fall zu 100% immer eine vorhanden. Und der hier droppt mit am meisten. Also der kann, wie gesagt, 10, 20 oder 30 droppen. Jetzt hat er 30 getroppt, was dem maximalsten Drop entspricht. Und dann gehe ich hier meistens kurz aufs Reitier. Und gehe dann hier lang. Klick das hier noch an. Reite hier ein bisschen außenrum. Dann mache ich die nächsten fertig. Da haben wir erstmal ein Geheimnis von Würfel und nochmal solche Insignien. Die Insignien braucht ihr für die Quest von Drake, dem Unglücksritter. Die habe ich jetzt beide schon abgeschlossen. Die Insignien kann man verkaufen. Das sind aber nicht besonders viel wert. Das finde ich auch schade. Also wenn man da wirklich welche sammelt, dann könnten die auch ein kleines bisschen mehr wert sein. Das ist der meinetwegen. Na ja, sagen wir mal, 100 Insignien sind 50 Gold wert oder so. Das wäre doch mal was Nettes. Vor allem, weil die sich ja auch stapeln und stacken lassen. Was mir auch auffällt bei dem Event oder allgemein bei Events von DSO, dass immer so rumgegeist wird, muss ich persönlich jetzt sagen. Also mit Release 170 kommen auf jeden Fall ein paar Änderungen dazu. Da wird auch noch ein Video erscheinen, welches mir ziemlich gut gefallen. Gerade die neuen täglichen Herausforderungen. Da kann man sich dann halt auch legendäre Items ausspielen und so. Wie gesagt, ich möchte nicht allzu viel spoilern. Ein Video wird noch dazu erscheinen. Und dann ist es aber halt so, wenn man sich das Event hier anguckt. Ja, da gibt es ein Leggy Item. Ja, wow, das kriegt man auch nie zusammen. Hier gibt es zwei Leggy Items. Hier gibt es zwei große Edelsteinbeutel. Gut, da kann ein normaler drin sein oder ein geschliffener. Jetzt guckt einfach mal, wie schnell man einen geschliffenen zusammenfarmen kann. Das ist sehr witzig. Ich bin der Meinung, es sollte hier mindestens fünf Leggy Items geben und hier mindestens zehn Leggy Items, wenn nicht sogar hier zehn und hier zwanzig. Dass man einfach mal zwanzig Stück mit einmal bekommt, weil dann lohnt sich das doch nur. Warum soll ich den Fortschritt bis hier hinten voll spielen, um zwei Leggies zu bekommen? Oder hier wahrscheinlich eh wieder nur zwei normale Onyxe oder so. Das ist doch bescheuert. Genauso hier bei dem Event habe ich mir gesagt, okay, 50 Stittrische, das ist nett. Fünf am Vorrenschüssel ist ein bisschen wenig. Und auch hier, großer Edelsteinbeutel, könnten ruhig fünf Stück sein. Und hier könnten es auch mindestens zehn Stück sein. Weil, ähm, es ist ja mittlerweile auch so, dass die Chance erhöht wurde, dass, ähm, ein strahlender Stein droppt. Und von daher ist es, und vor allem die Leute, die Premium Deluxe haben, die haben sowieso so viele, ähm, Cubes, dass dort auch ordentlich an Steinen drin ist. Und somit könnt ihr sich ihren ganzen Account ziemlich krass hochziehen. Ist ja bei mir jetzt nicht der Fall. Ich habe kein Premium Deluxe. Ich würde mir nur einmal Premium Deluxe holen, wenn ich wirklich genug Klüven hätte, um alle Items auf 55 zu ziehen. Ähm, das entspricht aber wieder nicht meinem Hintergrundgedanken, weil ein Gaming-Kanal, wie gesagt, ich habe viel zu viele DSO-Videos und sollte mich mal mehr auf Let's Plays beschränken. Und dann müsste ich halt auch mal mehr Zuschauer darauf bekommen. Also keine Ahnung, CSGO ist ja, wie gesagt, jetzt schon der vierte Part draußen. Da müssten halt einfach mal mehr Leute das anklicken, weil... Keine Ahnung, warum DSO immer noch so gefeiert wird. Natürlich ist mein Kanal mit DSO groß geworden, aber es gibt so viele andere Spiele auf der Welt, die man spielen und Let's Playen kann. Und da ist DSO wahrscheinlich mit das Letzte, was sich irgendwie jemand anschaut, so normalerweise, wenn man es jetzt global sieht. Mein Kanal ist natürlich so, dass ich da viele Leute DSO ansehen. Ähm, natürlich werde ich jetzt auch nicht mit DSO aufhören. Ich werde immer Kritikpunkte finden bei DSO und einfach dann auch nicht jeden Tag so viel zocken, meinetwegen. Aber jetzt direkt irgendwie wie manche den Account zu löschen, finde ich immer etwas sinnlos. Ja, jetzt sind wir nach, ich sag mal, sechs Minuten oder so, sind wir jetzt hier drin angekommen im Dampfschiffhafen. Und hier ist es ja so, dass wir einfach auch bloß Monster töten müssen, nichts Besonderes. Im zweiten Event müssen ja dann die Türme getötet werden oder zerstört werden. Und die haben ja dann ein kleines bisschen höhere Droprate, aber das zweite Event braucht halt auch 2400 Fortschritt. Alles in allem ist das komplette Event hier, das Viscanium Event oder Quatsch, ähm, besser gesagt, Raubzug der Düsterzwerge Event. Und immer ist es halt noch von früher gewohnt, dass es Viscanium Event heißt. Aber es wird auch heute noch als Viscanium Event bezeichnet, weil man ja einfach sagen muss, ähm, es hat immer noch Viscaniumdrusen und Viscaniumgestein und Spitzhacken, mit denen man das abbaut. Und auch hier Viscaniumtropfen, also allgemein der komplette Fortschritt tut sich ja auf Viscaniumtropfen ausbauen. Und bei dem anderen halt auf, äh, auf reines Viscanium. Von daher kann man da durchaus noch vom Viscanium Event sprechen. Ähm, früher hieß es Viscanium Event halt auch so, weil man dort dann Kristalle der Wahrheit sich erspielen konnte. Und man musste ja immer Kristalle der Wahrheit farmen, bevor man überhaupt ein Leggy Item aufmachen konnte. Und das wurde ja rausgenommen. Jetzt kann einfach jeder Leggy Items und alle Items öffnen, wie er möchte. Früher war es halt so, dass man mit dem Premium Account konnte man Grün, Blau und Lila kostenlos öffnen. Und jetzt ist es halt so, dass man alles kostenlos öffnen kann. Natürlich hat Premium jetzt andere Vorteile, wie zum Beispiel geheimnisvolle Würfel. Und, ja. Vor allem Release 170 wird wahrscheinlich vielen gefallen. Da gibt es dann ein neues Neumond Event. Hatte ich ja vorhin schon mal kurz angeschnitten mit den täglichen Quests. Aber das neue Neumond Event hat mir persönlich auch ziemlich gut gefallen. Wie gesagt, das Video wird in ein, zwei Tagen rauskommen. Ich werde da noch ein bisschen bearbeiten. Einerseits bringe ich einen sehr langen Part raus, der so ungefähr 50 Minuten lang sein wird. Ähm, und dann aber auch einen kurzen, knackigen, kompakten Part. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Auch ein bisschen mit englischem Untertitel und so, damit auch meine englischen oder anderssprachigen, nicht deutschsprachigen Zuschauer, sag ich es mal so, dass die dann auch, ähm, verstehen, worum es in dem Event geht und was denn so geändert wurde. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich leicht gesagt, aber bei meinen Englischkenntnissen wird das schon, ähm, ziemlich hardcore werden. Deswegen rede ich ja auch relativ selten, ähm, mit englischer Sprache. Genau, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, die negativen Bewertungen auf den Support My Channel Link Videos, welche ja eigentlich einen bescheuerten Namen hatten, weil Support My Channel Link heißt ja nun mal unterstützt meinen Kanal Link. So, jetzt geht es aber nicht darum, meinen Kanal zu unterstützen, sondern im Prinzip tut ihr euch ja selber, ähm, ein Gewinnspiel ermöglichen. Und, äh, meiner Meinung nach ist es nicht utopisch, zu sagen, okay, wenn wirklich jeder draufklickt, dann ist es halt so, dass es funktioniert. Ähm, ja, gleichzeitig habe ich in dem Video mehrere Einblendungen von, ähm, Anmerkungen gemacht. Die sind ja oben als Laufschrift gekennzeichnet. Und, da gibt es jetzt momentan auch eine Anmerkung, die euch auf meine Anmerkung, also auf meine Quatsch, auf meine, wie heißen sie gleich, auf meine Beschreibung hinweist. Und, in der Beschreibung seht ihr einen, äh, seht ihr erst mal, dass ich diese komplett aufgepeppt habe. Ähm, ihr seht mein, Gaming Equipment, weiter unten, ihr seht, welche Musik ich verwendet habe. In dem Video natürlich habe ich keine Musik verwendet. Ihr seht, äh, um welches Spiel es geht. Links, die ich genannt habe, sind auch dort zu finden. Ihr findet meine, mein Aufnahmeprogramm, mein Schneideprogramm, mein Renderprogramm, und, ähm, auch für Ton- und Audioaufnahmen, findet ihr alles dort drin. Und wie gesagt, mein Equipment ist jetzt fast alles dabei, außer zum Beispiel Mauspad und solche Sachen, die jetzt nicht so ganz relevant sind. Meinetwegen auch Headset-Halterung, Mikrofon-Halterung, das sind so 15 bis 20 Euro Angelegenheiten, die jetzt eher mal nicht so wichtig sind, wie, halt die Hardware, die wirklich Geld gekostet hat. Genau. Ganz unten, auch wirklich ganz unten, am Ende der, ähm, Beschreibung, steht ein Paypal-Konto-Link. Das bedeutet ganz einfach, wenn ihr, und nur wenn ihr wollt, könnt ihr dort was, in Anführungsstrichen, spenden. Steht auch drunter. Also wer was an Geld geben möchte, der kann das gerne tun. Wer es nicht möchte, der kann es sein lassen. Ich habe noch drunter geschrieben, was das für Ziele wären, die ich verfolge. Zum Beispiel eine neue Grafikkarte und einen 4K-Monitor. Das bedeutet natürlich, wenn ich, steht dann auch drunter, was ist euer Nutzen dabei, wenn ich eine neue Grafikkarte habe und ein 4K-Monitor, dann kann ich natürlich in, äh, also Videos in 1440 Pixeln, was Ultra HD entspricht, kann ich die natürlich hochladen und auch mit 60 FPS mal arbeiten. Gut, da muss ich noch dazu sagen, äh, momentan kann ich das noch nicht machen, dadurch, dass ich noch bei mir zu Hause bin, also bei meinen Eltern zu Hause und da halt der Internetanschluss äußerst grottisch ist und deshalb kann ich halt keine Livestreams machen. und das ist auch der wesentlichste Grund, warum ich überhaupt jetzt so ein Paypal-Konto eingerichtet habe. Also ich habe schon selber ein Paypal-Konto, aber ich habe jetzt für meinen Kanal spezifisch noch ein Paypal-Konto eingerichtet, so. Und wie das funktioniert, dazu wird dann auch wahrscheinlich noch ein Video kommen, ähm, ist aber auch mit unten verlinkt, ist im Prinzip ganz einfach, ihr erstellt euch einfach ein Paypal-Konto und da habt ihr dann die Möglichkeit, Geld aufzuladen. Ähm, wie kann man dort Geld aufladen? Mit Hilfe einer Überweisung, da könnt ihr, wenn ihr noch keine 18 Jahre alt seid oder noch kein Konto besitzt, könnt ihr meinetwegen eure Eltern fragen, hey, Mama, Papa, könnt ihr mal die Überweisung von meinetwegen 5 Euro ausfüllen oder so oder 2 Euro oder 1 Euro ähm, und dann sagen eure Eltern, ja gut, können wir machen hier, da steht ja dann, da geht ihr einfach auf Geld aufladen und dann steht dort, okay, ähm, unter der Kontonummer und auf das Konto, Paypal-Konto muss es dann gehen, so. Und wenn ihr das dann auf eurem eigenen Paypal-Konto drauf habt, könnt ihr im Prinzip sagen, okay, ich möchte Geld, äh, oder ich möchte, ähm, Geld an Freunde senden, nennt man das. Und dann habt ihr einfach die Möglichkeit, dort eine E-Mail eures Freundes anzugeben. Ich sage es auch gleich mal so allgemein, also wenn ihr irgendeinem Kollegen Geld geben wollt und, ähm, dann gebt ihr halt einfach die E-Mail von demjenigen dort ein. Und dort gebt ihr halt einfach zahllaslp.web.de ein, wählt 5 Euro aus und schon sind die 5 Euro auf meinem zahllaslp. Paypal-Konto. So. Und damit habt ihr mich dann natürlich unterstützt. Das ist am Ende auch keine utopische Sache, weil, ich sage mal so, auf Twitch ist es halt echt so, dass sehr viele Leute, äh, bei Twitch ist es ja normal, dass gespendet wird und bei YouTube ist es immer so eine Sache, ähm, die, irgendwie nicht anerkannt ist. Ich sage mal so, ähm, in USA ist es zum Beispiel so, dort kann man Livestream, also man kann überall auf der Welt Livestreams machen auf YouTube, nur in USA ist es halt so und ein paar, und in 2, 3 anderen Ländern, dass man dort halt auch diese Spendensachen haben kann. Finanzierung durch Fans nennt sich das so. Und dort gibt es auch kostenpflichtige Abos. Das bedeutet, da könnte ich sagen, okay, du kannst mich nur abonnieren, indem du 20 Cent bezahlst oder so. Das wäre aber auch am Ende ein bisschen übertrieben, weil jeder soll doch, ähm, gerade so, kennt man ja auch von normalen Webseiten, wenn man irgendwo angemeldet ist, so eine News, so ein Newsletter abonnieren. Sollte ja auch nicht unbedingt Geld kosten, weil die ja dann auch wieder was davon haben, wenn man zum Beispiel ein Newsletter von, einem, äh, von PC Games Hardware zum Beispiel abonniert oder so, kriegt man ja immer, äh, die aktuellen PC Berichte und so. Und dann kann man sich natürlich entscheiden, vielleicht eine Grafikkarte zu kaufen und dann hat vielleicht PC Games Hardware auch was davon oder man kauft sich meinetwegen, ähm, die Zeitschrift von denen. Das ist halt, ich sag mal so, das ist alles ein teurer Spaß, ne, also, teuer in Anführungsstrichen, aber solche Zeitschriften, die können teilweise schon 4 Euro sein und wenn dann halt 4 Stück im Monat sind, dann kostet das auch schon seine 16 Euro und dann geht's ja los. Wenn man wirklich PC interessiert ist, holt man sich ja nicht nur die Zeitschrift von PC Games Hardware, sondern auch die Zeitschrift von dem Anbieter, dem Anbieter, dem Anbieter, dem Anbieter und schon ist man schnell bei 150 Euro im Monat nur für irgendwelche Zeitschriften, die man sich durchlesen kann mit dem neuesten Technik-Krimskrams und das ist halt das, was ich meine. Also eine, also eine Zeitung macht jetzt nicht das Wesentliche aus, aber wenn es dann mehrere sind und warum es noch nicht utopisch ist, ich sag mal so, bei 4000 Abonnenten ist es ja so, wenn einfach jeder 1 Euro geben würde, hätte ich ja 4000 Euro, ne? Ist jetzt natürlich übertrieben und überspitzt gesagt, so viel brauche ich natürlich überhaupt gar nicht, also muss ich auch ganz entschieden ablehnen. Ich will ja einfach nur die Möglichkeit bieten, wenn sich wirklich jemand findet, der das machen möchte, dann kann er das gerne tun, aber äh, dazu zwingen möchte ich ihn, möchte ich natürlich keinen. So, wir gucken mal kurz, was wir hier so aussortieren in Tragen Sang natürlich, damit wir auch mal hier von einem kleines bisschen wieder aufs Spiel zurückkommen. Ähm, so, und dann gucke ich immer, ähm, im Schließfach, was ich dort so für Items habe, da habe ich jetzt hier Leben und dann hier nochmal Leben. Wie gesagt, ich möchte auch eine Lebensrüstung haben, falls keine Damage-Rüstung, äh, Quatsch, falls keine Widerstandsrüstung zusammenkommt. Das bedeutet, wir ziehen das jetzt alles erstmal hier ein kleines bisschen vor und hier haben wir einmal mit, zweimal mit Leben und nochmal, Amulette haben wir nicht, weil ich vorhin schon Amulette hochgedingst habe, hochgeklüft habe. Amulette hochgeklüftige, genau, und was wollte ich noch sagen, ähm, ja, ich sag mal so, AMD und Nvidia, die unterscheiden sich halt voneinander, AMD bietet meistens schon immer billigere Sachen an, also Grafikkarten, da ist gerade die AMD RX 480 im Angebot zum Beispiel und die kriegt man für, ich glaube, 225 Euro so ungefähr, und dann gibt es aber von Nvidia zum Beispiel die GTX 1060, die ist ein kleines bisschen besser als die Radeon RX 480 und kostet aber auch nicht wesentlich mehr, also man muss sagen, ähm, die kostet glaube ich 285 oder 295 Euro und dafür hat man aber echt eine gute Grafikkarte dann am Ende und, äh, dann geht es natürlich weiter mit, mit der GTX 1070, da kommt es dann drauf an, welche man nimmt, ob man die Founders Edition nimmt oder die Custom Editions, da gibt es natürlich immer einen kleinen Unterschied, eine Founders Edition ist im Prinzip die Gründer Edition von einer Grafikkarte und ein, ein Custom Design ist dann eine Firma wie zum Beispiel Asus oder MSI oder Gigabyte, die dann sagen, Mensch, wir greifen die Grafikkarte auf und tun, ähm, tun einen neuen Kühler draufsetzen und die nimmt man natürlich lieber, weil die, äh, die Founders Editions, die setzen immer auf einen Radialkühler und Radialkühler müsst ihr euch so vorstellen, die Grafikkarte erzeugt Hitze und dieser Radialkühler, der tut diese Hitze direkt aus dem, aus der Grafikkarte rauspusten, das bedeutet, aus der Grafikkarte kommen dann halt einfach die 70 Grad raus, so ungefähr, die werden zwar dadurch, dass ich die, äh, dadurch, dass sich der Radiallüfter dreht, nochmal abgekühlt, also da kommen jetzt nicht wirklich 70 Grad raus, das ist bloß am Ende so, dass es der Grafikkarte nicht so krass zugutekommt, wie Lüfter die Luft an die Grafikkarte ranpusten, das heißt, die ziehen, äh, Custom Designs ziehen meistens die, äh, Luft an das, ähm, an den Grafikchip ran und kühlen ihn dadurch, das heißt, zum Beispiel, MSI setzt auf zwei 9,5 Millimeter Lüfter, äh, ASUS setzt auf drei Lüfter, die sind aber etwas kleiner und dann muss man halt immer gucken, ASUS kann zum Beispiel seine Taktrate nicht so halten, MSI kann aber die Taktrate zum Beispiel perfekt halten und dann spielt auch Beleuchtung eine Rolle, ich sag mal so, ja, ich hab Beleuchtung in meinem PC drin, aber das ist so eine Sache, ne, äh, wenn eine Grafikkarte beleuchtet ist, müsste der PC eigentlich so quer liegen, also da dürfte nicht aufrecht stehen, sondern da müsste halt so liegen, dass das Mainboard, ähm, aufrecht ist, also es ist ja auch so aufrecht, aber dass das Mainboard halt nochmal um 90 Grad in eine Richtung gedreht wird, also wer sich jetzt nicht vorstellen kann, ähm, wie könnte man das veranschaulichen, ja, das Gehäuse müsste halt einfach liegen zum Beispiel, so dass man die Grafikkarte sieht, weil die Grafikkarte ist meistens so drin, dass im Prinzip, ich kann es ja mal kurz versuchen bei Paint zu skizzieren, ich bin aber nicht gerade der beste Zeichner und an, an der Maus bezeichnen ist halt auch ein bisschen kompliziert, also wir haben jetzt hier zum Beispiel das standardmäßige Gehäuse, so, und da ist das Mainboard auf der rechten Seite, da hängt das Mainboard auf der rechten Seite und dann fängt das oben an, da ist meinetwegen hier die CPU und hier der CPU Kühler drauf und dann hat man darunter Arbeitsspeicher und darunter kommt dann irgendwann mal die Grafikkarte und die Grafikkarte hängt halt einfach so als Klotz da und die beiden Lüfter, die hängen hier unten dran, das bedeutet, wenn hier mein Sichtfenster ist, sehe ich die Lüfter ja nicht und auch die Beleuchtung sehe ich nicht, nur an der Seite ist ein Logo von MSI und hier oben drauf ist ein Logo von MSI, wenn man jetzt aber sich vorstellen würde, okay, man dreht das Ganze, mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege, man dreht das Ganze einfach und dann wäre ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ja genau, man dreht das Ganze einfach und hat dann das Mainboard hier unten, so, da ist dann das Mainboard und dann kommt wieder als erstes, also, ne Quatsch, man muss es natürlich dann so machen, so, und dann kommt wieder im Prinzip ähm, der, die CPU als erstes und dann der CPU-Kühler, dann der Arbeitsspeicher meinetwegen und dann kommt hier halt die Grafikkarte und die Grafikkarte hat jetzt hier ihren Lüfter und durch, ähm, und dann bräuchte man halt, müsste man das halt so machen, dass dann ein Sichtfenster ist, dass man das halt so sieht, ne, also so rum kann man es jetzt auch nicht legen, aber ihr versteht schon, wie ich es meine, das Mainboard muss im Prinzip so stehen, dass man, dass die Grafikkarte nicht nach unten hängt mit die Lüfter, sondern, dass man das Mainboard einmal dreht und das Mainboard so liegt und die Grafikkarte dann so eingebaut wird und man dann halt die Lüfter sieht, wenn die Lüfter beleuchtet sind. Das ist dann natürlich der schöne Effekt und dann müsste hier das Sichtfenster sein, also hier guckt man dann rein in den PC und so müsste das dann aufgebaut sein, na, das stimmt schon so, wie ich es gemeint habe, nur, dass es dann halt, ähm, im Prinzip liegt. Normalerweise ist mein Sichtfenster ja jetzt hier unten, das bedeutet, der PC müsste dann ein Sichtfenster an der komplett anderen Seite haben und das ist halt das Komplizierte daran, ne. So, ich hoffe, ich konnte es halbwegs, äh, darstellen, ich sag mal so, ich hab mich in Kunst immer auf nur zwei bis drei gependelt, weil ich halt, also was ich gut zeichnen kann, sind Gesichter oder irgendwelche, aber für Perspektiven oder solche Sachen habe ich kaum einen Blick, also deswegen könnte ich jetzt auch kein, wenn es jetzt ums Spieleprogrammieren geht, könnte ich jetzt auch keiner sein, der irgendwie solche, ähm, Charaktere entwickelt oder solche Monster entwickelt, weil da bräuchte ich echt schon ein kleines bisschen länger, bis ich mir vorstellen kann, aha, so muss es aussehen und so könnte es werden. Von daher bin ich froh, dass ich meine Samtnets im Prinzip hinkriege, genau. Jo, und wenn's dann, äh, wenn ich dann mal besseres Internet hab, dann kann ich natürlich auf Twitch streamen und da ist es ja ganz anders, da kriegt man, kriegt man ja dann das Geld eher ganz anders und das ist halt auch so eine krasse Sache, gerade wenn man jetzt mal ein Livestream von Kronk anschaut, also der kriegt fast in jedem Livestream mindestens dreimal 2000 Euro gespendet, ich weiß jetzt nicht, welche Privatperson zu Hause 2000 Euro einfach mal so auf der offenen Kante hat, um sie einen Netzplayer zu geben, finde ich auch ein bisschen krass übertrieben, ich sag mal so, ähm, natürlich nimmt sich Twitch davon mindestens 50%, ich kenn jetzt die Konditionen nicht, ähm, das ist halt auch so eine Sache, ich könnte natürlich auch in meinen Videos mit Facecam zum Beispiel mal arbeiten später und bei Twitch ist es halt so, da muss man einfach ein bisschen mehr aufpassen, weil, ich sag mal so, man kann halt nichts bearbeiten direkt, geht jetzt nicht nur um die Sache Facecam, es geht natürlich auch um die Sache Audio, Ton, Musik im Hintergrund, man braucht man welche, die aufpassen, ähm, dass niemand was Beklopptes im Chat schreibt, weil das kann man nicht alles gleichzeitig machen, also man braucht Leute, die das ein bisschen betreuen und so, aber natürlich bietet das viel mehr Möglichkeiten, also ich könnte jetzt zum Beispiel, wie ich es jetzt hier gemacht habe, das Thema mit dem Paper Spenden anreden oder mit der Paper Unterstützung und dann könnte jetzt jemand einen Chat schreiben, ja, wie stellst du dir das denn vor so und dann erkläre ich das im Prinzip und dann meint er so, naja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie du das da meinst oder wie du das machen willst und, äh, ja, oder es kommen halt so die Hater und so und dann kann ich mich halt direkt erklären, meinetwegen und das hat natürlich den Vorteil, weil jetzt lade ich einfach das Video hoch, dann gibt es da vielleicht wieder 10 Dislikes drauf, weil irgendwelche 14-jährigen Kinder sich das halt nicht, ähm, das halt nicht verstehen im Prinzip, also ich sag mal so, ich rede mit, mit meinen Kollegen, die sind so 19, 20, 21 und die haben, also die verstehen mich, was ich damit sagen will, was ich damit erreichen will und so und halt irgendwelche kleinen Kinder, die zuschauen, ich meine, ich hab, ich kann jetzt wieder nicht alle in einen Topf hauen, ich hab auch schon mit 14, 15-Jährigen geredet, die, ähm, da ganz anders eingestellt sind und so, die dann halt auch meinen, ja, klar, kann man dich unterstützen und so und vor allem ist es ja bei mir auch so, dass, ähm, ihr bei einem Gewinnspiel, wie es jetzt ist, nicht ausgeschlossen seid und ich hatte auch schon, wenn man sich, wie gesagt, die Videos anschauen würde, hatte ich gesagt, wenn bei dem Gewinnspiel mehr als 10 Leute dran teilnehmen, bin ich auch bereit, zwei Pacef-Karten zu verlosen. Gut, ähm, jetzt ist natürlich gerade nicht das, äh, also 25 Euro sind, glaube ich, in der Gewinnspielbox drin, wenn da durch 30 drin wären, könnte ich sogar sagen, Mensch, ich tue jetzt, wenn, äh, nochmal, also wenn mehr als 20 Leute teilnehmen, tue ich dann drei Pacef-Karten verlosen und so ungefähr könnte man das dann hochsteigern. Und vor allem durch diese einzelnen Zugänge kann man natürlich seine, ähm, ja, seine Chance zu gewinnen steigern, der eine hat es als Lose bezeichnet, natürlich ist es ein Los, nur halt, ähm, dass es nicht, ähm, dass man nicht ein Los zieht und aha gewonnen oder verloren, sondern dass es so ist, dass das komplette Los, äh, sei, also den Gewinn beeinflusst im Prinzip, genau. Ja, auf jeden Fall wird das Gewinnspiel am 31. dann aufgelöst und hier ist übrigens Jolov in dieser Kiste, also sollte er auf jeden Fall nicht auslassen und, ähm, ich werde dann das Gewinnspiel erklären, also der eine meinte, das ist eine stundenlange Arbeit, ähm, also bei Zugang 2 kann man sagen, okay, es ist nicht jeder so schreibbegabt, dass einem die Worte aus den Händen fließen. Ja, da muss man noch natürlich dazu sagen, dass, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, aber die anderen Zugänge sind im Prinzip relativ leicht, also ich sag mal so, Zugang 1 ist schon nicht so leicht, da muss man halt überlegen, was stimmt denn an der Audio nicht und, äh, halt mal ein bisschen googeln, ne, ein bisschen, äh, umwandeln von, einer Audio-Datei, das was ich im Prinzip die ganze Zeit mache, aber ich hab halt Ahnung davon und es geht vor allem alles mit kostenloser Software zu machen, also es ist jetzt nichts dabei, wo man sagen müsste, okay, ihr braucht eine Software, die Geld kostet oder so, das wäre ja auch schwachsinnig und ich mach das auf jeden Fall unterhalb, äh, unter einer Minute kann ich diese Audio da wieder umwandeln, ich sag jetzt bewusst eine Minute, weil das dann immer ein bisschen ausrechnen muss, ähm, wie ist das dann umwandelt und konvertieren muss man es noch und downloaden muss man es und hochladen, hochladen ist vor allem dann das, wo ich die Minute auf keinen Fall einhalten kann, ähm, aber jemand, der ein besseres Internet hat, der weiß dann schon Bescheid. so, dann sind wir jetzt gleich, also ich hoffe mal, dass wir die letzten 50 jetzt noch bekommen, wenn nicht, machen wir einfach mal eine Amphora auf, so sieht's dann halt am Ende aus im Schneckenhaus, genau, das ist glaube ich der Spruch von Spiele-Trend und jetzt hängt gerade das Internet, nein, oh, oh Mann, wiederbeleben, ja, ich frage mich auch mal, wann hier mal der Bug gefixt wird, dass, ähm, das Inventar, äh, so hier diese, das Schließfach immer vermischt ist, da bin ich schon mal sehr gespannt, wann das passiert, dass es dann nicht mehr, manchmal ist Seite 1 Seite 5 und Seite 5 ist dann Seite 4 und Seite 3 ist Seite 2 und Seite 2 ist Seite, keine Ahnung was, also, die ganzen verschiedenen Varianten, die da möglich sind, die geht es durch. Theoretisch ist das, okay, ich bin, wie gesagt, nicht das Mathematik-Ass, aber theoretisch ist es die Fakultät von 5, das entspricht, also es sind ja, im Schließfach sind es ja 2, 3, 4, 5, 6 Seiten sogar, oh, dann wäre es die Fakultät von 6, also, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, 6 verschiedene Seiten anzuordnen, da muss man jetzt einfach mal gucken, Taschenrechner, Fakultät bedeutet immer, Taschenrechner nach links bitte, 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 und dann haben wir 720 verschiedene Möglichkeiten, wie diese Teile hier angeordnet werden können, also diese 6 Inventarseiten an sich komplett gesehen, um das nachzuprüfen, denkt euch einfach ein Rollenspiel und ihr habt 3 Schalter, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, oder Quatsch, wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, diese Schalter zu betätigen, 3 verschiedene Schalter, also gibt es 6 verschiedene Möglichkeiten, und wenn ihr dann jetzt einfach mal nachguckt, ich möchte es einfach kurz zeigen und erklären, wir haben 3 verschiedene Schalter, zum Beispiel 1, 2, 3, und dann hat man natürlich noch die Möglichkeit 1, 3, 2, dann könnte man machen 1, Quatsch, dann könnte man machen 2, 3, 1 und 2, 1, 3 und dann gibt es noch die Möglichkeit 3, 1, 2 und 3, 2, 1 und das sind dann am Ende alle Möglichkeiten, die es gibt, und das sind natürlich 2, 4, 6 Stück, genau so geht es dann weiter nach oben, also sobald man um eine Zahl erhöht, geht es wiederum höher, ich glaube bei 4 sind es dann 24 oder so, und bei 5 sind es auf jeden Fall 120, das heißt bei 5 Zahlen, also ein Passwort besteht ja immer aus Buchstaben und Zahlen, und wenn man jetzt einfach mal ein Passwort nimmt, das aus 5 verschiedenen Zahlen besteht, dann gibt es allein schon mal, nehmen wir mal, also 5 verschiedenen Zahlen, ähm, so, 5 verschiedenen Zahlen, dann gibt es diese 5, 2, 3, 6, 7, dann gibt es 120 verschiedene Möglichkeiten, wie man denn diese 5 Zahlen anordnen kann, und da könnt ihr euch jetzt vorstellen, warum ein Passwort natürlich sicher sein kann, wenn man da dann einfach noch Buchstaben mit drin hat, weil das Alphabet hat natürlich auch eine ganze Anzahl an verschiedenen, von A bis Z im Prinzip, dann könnte man natürlich noch Sonderzeichen mit reinnehmen, und dann, ähm, ja, da muss man halt sagen, ein guter Hacker-PC kann das dann aber trotzdem noch rauskriegen, wenn das Passwort meinetwegen 5 Stellen lang ist, kriegt er das sehr schnell raus, weil der Prozessor dann einfach das sehr schnell errechnet, der geht dann alle verschiedenen Möglichkeiten rasant durch, und darauf ist natürlich unbedingt zu achten, dass man ein sicheres Passwort wählt, das nochmal an der Stelle, genau, so, wie sieht es denn aus, 784, ich glaube, das wird klappen, denke mal nicht, dass es da irgendwie Probleme geben würde, ja, und ihr merkt schon, ich habe jetzt öfters mal längere Videos gemacht, dafür aber auch mal ein paar kleine Themen angesprochen, in dem Video war es natürlich Paypal, dann haben wir gerade zuletzt über Passwörter geredet, ähm, dann haben wir über, ich glaube, über das Gewinnspiel haben wir nochmal geredet, über, allgemein über Umfragen, weiß ich jetzt gar nicht so genau, auf jeden Fall, ähm, ja, CSGO habe ich drüber geredet, was einen Gaming-Kanal ausmacht, ähm, ja, ankündigen werde ich auf jeden Fall noch, dass ich, äh, jeden Monat eine Umfrage geplant habe, ich glaube, am 31., wenn dann auch das Gewinnspiel endet, werde ich dann mal eine Umfrage zur Kanalzufriedenheit bringen, ähm, dadurch, dass halt einfach viele nur ein Dislike geben, möchte ich einfach mal genau wissen, warum, weswegen, warum gefällt euch das mit den Gewinnspiele nicht, äh, seht ihr eure Chance meinetwegen zu geringen, und so weiter und so fort, und das halt einfach mal eine Umfrage, so, und da muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefallen immer die Leute, die einen Dislike geben, und dann auch drunter schreiben, warum sie den gegeben haben, mir gefallen natürlich noch viel mehr die Leute, die einen Like geben, und auch drunter schreiben, warum sie einen Like gegeben haben, weil, äh, der Like an sich ist immer so, schnell angeklickt, und der Dislike noch viel schneller, und das ist halt immer das Bescheuerte, also ich bin der Typ, ich sag mal so, wenn jetzt natürlich auf dem Video, äh, 5 Likes und 50 Dislikes drauf sind, dann sag ich mir auch, na gut, das gefällt den Leuten halt wirklich nicht, ähm, aber wenn jetzt einfach auf dem Video, 10 Likes drauf sind, und 6 Dislikes, und keiner hat in die Kommentare geschrieben, warum er Dislike, dann sehe ich das immer fast als 0 Dislikes an, also ich tue das immer sehr runterretuschieren, auf meinetwegen 2 Dislikes zum Beispiel, und dann denke ich mir, okay, in dem Video kam eine Sache vor, die vielleicht jemandem nicht gefallen hat, so, aber, äh, das macht es am Ende halt nicht aus, ne, also wenn man wirklich in die Kommentare schreibt, warum er den Dislike gegeben hat, dann finde ich das super spitze, super klasse, und dann, äh, kann ich darauf, äh, dann kann ich darauf auch eingehen, so, kann man sich auch schon mal merken, ab 35 Minuten fange ich hier an, äh, wirkliches Zeug zu reden, wenn man durchweg redet, deswegen ist es ja auch so, dass meistens eine Folge, zum Beispiel, wenn ich dann im Witcher 3 Let's Play mache, nur eine halbe Stunde geht, weil man dann halt aufs Zwischendrin trinken angewiesen ist, auf jeden Fall, und vor allem, wenn man, äh, vier Stunden am Stück aufnimmt, dann weiß man gar nicht mehr, wo einem überhaupt noch der Kopf steht, das ist wirklich so krass, ne, man redet sich manchmal dumm und dämlich, also bei einem, ich sag mal so, in Let's Play wie Witcher 3 oder Gotik oder alles mögliche, was ich schon Assassin's Creed halt, da sag ich mal so, da rede ich weniger, aber jetzt hier, das sind so die Videos, wo ich wirklich, ähm, ein Thema nach dem anderen abklopfe, und erwähne, und jetzt haben wir dann auch das Event im Prinzip geschafft, müssen jetzt nicht weiter hier drin rumlaufen, das bedeutet, ich werde jetzt auch mal hier rausgehen, und, ähm, schauen, was denn so in dem Edelsteinbeutel drin ist, okay, ein Amethyst, den hätte ich mir so oder so schon zusammencraften können, und das ist dann halt so die Sache, wo ich mir sage, okay, das lohnt sich jetzt nicht so ganz, wir machen jetzt mal noch die ganzen Items hier auf, gucken kurz, ob noch was Gutes dabei ist, wenn nicht, verkaufe ich noch, und crafte das dann noch, falls ich denn craften kann, so, gucken wir mal, n, 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 auch nicht, Dann müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Mini-Event reicht, weil ja hinten dann sowieso keine Tragen mehr kommen. Und ganz ehrlich, noch mehr Tragen geht gar nicht. Jetzt gucken wir einfach mal. Hier haben wir einmal Leben drauf. Natürlich haben wir auf denen allen einmal Leben drauf. Das wäre ja auch unlogisch, wenn nicht. Das Problem bloß, dass wir doch einmal leben. Zweimal leben. Dreimal leben. Das Problem ist einfach, dass glaube ich, oder? Ne, doch. Ah, doch, das geht auf. So, viermal Leben am besten. Vorne zwei relativ hohe Werte und hinten zwei niedrigere Werte. Und da haben wir eins bekommen mit 629 Leben und 0 Slot. Dann haben wir hier wiederum dreimal mit Rüstung und zweimal mit Leben. Das bedeutet, am Ende könnte sich dann später mal wieder sowas ausgehen. So, das Leben ziehen wir hoch. Und der Rest ist gerade mal nicht so interessant. Ja, Rüstung und so. Das tun wir einfach hier wieder rein. Hier geht es dann auch darum, einen Lebensgürtel zu craften. Ja gut, das tauschen wir mal noch mit der Rüstung hier vorne. Und hier haben wir noch einen Ring mit Widerständen. Wobei ich sagen muss, ich habe drei Ringe mit Widerständen, welche goldene Werte drauf haben. Na Mensch, wo ist denn die Seite nur wieder hier? Drei Ringe mit goldenen Werten. Das bedeutet, den hebe ich im Prinzip auch einfach auf und warte auf die entsprechende Gelegenheit, in der ich das dann alles gut zusammencraften kann, logischerweise. Weil, wenn ich jetzt dreimal einen goldenen Wert reintue und es kommt nicht das Gewünschte raus, was ich haben möchte, dann kann ich ja nur zwei Werte zurückbekommen. Und das ist natürlich nicht allzu geil. Genau, und damit würde ich mich erstmal aus der Welt von Tragensang Online und von dem ersten Mini-Event verabschieden. Bis dahin, tschüss, euer Zadas.